Eine Zahnvereinviertelung ist ein haufiger zahnarztlicher Eingriff, der notwendig wird, wenn ein Zahn durch Karis oder eine Verletzung beschadigt wurde. Nach dem Einsetzen einer Zahnvereinviertelung ist es wichtig, den Genesungsprozess richtig zu unterstahenviertel ziehen, um marktliche Komplikationen zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Fahenviertelung lange Zeit HLT. In den ersten Stunden nach dem Einsetzen der Zahnvereinviertelung ist es normal, leichte Schmerzen und Empfindlichkeit zu Spa-einviertelern. Dies liegt daran, dass der Zahn und das umliegende Gewebe gereizt wurden. In den meisten Fahlen lassen diese Beschwerden jedoch innerhalb weniger Tage nach. Um den Heilungsprozess zu unterstahenviertel ziehen und die Schmerzen zu lindern, kann in Schmerzmittel wie Ibuprofen eingenommen werden. Es ist jedoch wichtig, die Dosierungsanweisungen des Arztes zu befolgen und auf rezeptfreie Schmerzmittel wie Aspirin zu verzichten, da sie das Blutungsrisiko AHA hinkanehen. Es ist auch wichtig, während der Genesung auf bestimmte Lebensmittel zu achten, um die Fahenviertelung nicht zu beschadigen. Vermeiden Sie harte und klebrige Lebensmittel, die die Fahenviertelung lockern oder herausbrechen kaneinten. Stattdessen sollten Sie weiche und kaneinviertelhale Speisen bevorzugen, um die Empfindlichkeit zu reduzieren und die Heilung zu unterstahenviertel ziehen. Eine gute Mundhygiene ist entscheidend Fahenviertel eher den Erfolg des Genesungsprozesses nach einer Zahnvereinviertelung. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Zahnarztes zur richtigen Zahnpflege, um Infektionen zu vermeiden und die Genesung zu beschleunigen. Dies beinhaltet das Regelmaeige BA-Einviertler Sten und Zahnseide verwenden, um Plagg zu entfernen und die Mundahalle sauber zu halten. Verwenden Sie auch eine antimikrobielle Mundspareinviertelung, um Bakterien abzutaten und das Risiko von Komplikationen zu reduzieren. Es ist wichtig, Regelmaeige nach Untersuchungen beim Zahnarzt zu vereinbaren, um sicherzustellen, dass die FA-Einviertelung richtig sitzt und keine Probleme auftreten. Der Zahnarzt wird den Heilungsprozess A-Einviertel bewachen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen, um die Landzeitstabilität der FA-Einviertelung zu gewahre leisten. In den ersten Tagen nach dem Einsetzen der Zahnvereinviertelung sollten Sie auf Zeichen von Komplikationen achten, die einer sofortigen arztlichen Behandlung BDA-Einviertler-Fenka neinten. Zu diesen Symptomen gehören anhaltende Schmerzen, Schwellungen, Fieber oder ungewahenlicher Mundgeruch. Wenn Sie eines dieser Symptome bemerken, sollten Sie umgehend Ihren Zahnarzt kontaktieren, um weitere Meinnahmen zu besprechen. Zusammenfassend la SST sich sagen, dass der Genesungsprozess nach einer Zahnvereinviertelung in der Regel unkompliziert werlauft, solange die richtigen Schritte unternommen werden, um die Heilung zu unterster 1,4 10. Durch eine gute Mundhygiene, die Vermeidung von bestimmten Lebensmitteln und die Einhaltung der Anweisungen des Zahnarztes kann in Komplikationen vermieden und die FA-Einviertelung lange Zeit intakt gehalten werden. Denken Sie daran, Regelmaeige nach Untersuchungen beim Zahnarzt sind wichtig, um sicherzustellen, dass die FA-Einviertelung richtig sitzt und Ihre Mundgesundheit erhalten bleibt.